Die beliebte Veranstaltungsreihe Honky Tonk wird in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf 2021 verschoben. Als Grund dafür geben die Veranstalter die Planungsunsicherheit für die Herbstmonate an. Indoor-Veranstaltungen wie das Honky Tonk leben von ausgelassener Stimmung und von tanzenden und singenden Besuchern. Der rege Wechsel der Locations ist dabei ein fester Bestandteil des Veranstaltungskonzepts. Mit den geltenden Auflagen wäre das Herzstück des Formats nicht mehr vorhanden und auch die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Die Veranstalter der Blues Agency haben sich aus diesem Grund für eine Pause entschieden und das Festival um ein Jahr verschoben. Bereits erworbene Tickets oder Eintrittsbändchen behalten weiter ihre Gültigkeit. Weitere Informationen sind auf www.honky-tonk.de zu finden.